Ich muss jetzt Schluss machen, denn es klopft an der Tür. Ich muss aufmachen. Okay, pass auf dich auf. Wir haben dich lieb. Tanja, hi. Hallo, Ursula. Habt ihr nicht Lust, heute zu uns in den Garten zu kommen? Du, Lena und Jochen? Roberto und ich wollen spontan ein Barbecue machen. Ach, das ist nett, danke. Aber ich weiß nicht so genau. Sag nicht nein. Roberto hat heute schlechte Laune, weil er sich wieder mit Ralf gestritten hat. Das wird ihm guttun, wenn ihr alle kommt. Na gut. Ich frage mal Jochen, ob er Lust hat. Meistens gehen wir samstags ins Kino, aber vielleicht hat er an diesem Wochenende mal Lust auf was anderes. Das wäre schön. Gut, ich ruf dich an, ob wir kommen können. Bis später. Bis später. Hallo, Schatz. Bist du es? Hi, Liebling. Wann kommst du nach Hause? Spätestens in einer Stunde bin ich bei dir. Was ist denn passiert? Tanja und Roberto haben uns zum Grillen eingeladen. Soll ich nun diese Einladung annehmen oder ablehnen? Sag mal einfach ja. Ich habe so richtig Lust auf Fleisch. Okay, Schatz. Ich rufe Tanja an und sage ihr kurz Bescheid, dass wir kommen. Bis gleich, mein Schatz. Hallo, Tanja. Ich habe gerade mit Jochen gesprochen und wir kommen gerne zu euch. Aber Lena kommt nicht. Sie fährt zu ihrem Freund. Hm. Aber ich freue mich ja, dass ihr beide heute hier sein werdet. Bis später. Bis später. Hi. Hi. Hm, hier riecht es aber lecker. Schön, dass ihr da seid. Tanja, komm. Ja, hallo. Hallo. Bitteschön. Ich hoffe, der Wein schmeckt euch. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Danke. Ah, ja. Was ist mit deiner Hand passiert? Hallo. Ich habe mir die verstaucht, als ich vom Pferd gefallen bin. Aber das ist schon länger her. Ach, es tut mir leid. Wir wussten davon nichts. Wie gesagt, es ist schon eine Weile her. Nur Klavierspielen geht nicht mehr so gut. Aber zum Grillen reicht es. Das Fleisch sieht gut aus. Wo hast du es gekauft? Beim Türken in der Wuppertaler Straße. Da ist es immer frisch. Fleisch braucht noch ein bisschen. Es gibt Würstchen. Aber auch vegetarisch. Wow. Das klingt ja gut. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass das wirklich gut schmeckt. Ach, ich finde das einfach lecker. Besser als Fleisch. Das schmeckt irgendwie ein bisschen … ähm, besonders Tofu schmeckt, finde ich, nach Pappe. Probier erst mal eine Tofu-Wurst. Dann reden wir weiter. Schatzi, ich hätte mein Steak gern ganz durch. Ja, das mache ich. Und du, Jochen, wie möchtest du dein Steak? Halb gar. Genau wie ich. Kommt, setzen wir uns da unter den Schirm. Heute ist das Wetter richtig schön. Ich habe die Wettervorhersage im Radio gehört, dass es heute ab 19 Uhr regnen soll und nachts stürmisch wird. Das habe ich auch gehört. Was haltet ihr von einem kleinen Spiel? Wie wäre es mit … Wer kennt sich besser? Ach, das habe ich noch nie gespielt. Wie geht das denn? Einer von euch beiden muss eine persönliche Frage stellen und der andere muss sie beantworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ihr habt zehn Versuche. Das Paar, das ich am besten kennt, gewinnt. Ach so, gut kennen Jochen und ich uns nicht. Meint ihr? Versucht es doch einfach mal. Okay, gut. Du fängst an. Was trinke ich am liebsten? Grünen Tee mit Jasminblüten und Rohrzucker. Okay. Wie viel Geld habe ich auf meinem Bankkonto? Ich überlege mal. Das letzte Mal habe ich deinen Kontoauszug gesehen. 2400 Euro? Ja, das stimmt. Mein Lieblingsessen? Couscous mit Lammfleisch. Mein Lieblingsort in der Stadt? Der Wiener Platz? Das stimmt. Dort spielen am Wochenende fast immer Straßenkünstler. Und es gibt nette Cafés. Man kann sich aber auch einfach auf eine Bank setzen und den Musikern zuhören. Okay. Was ist meine größte Angst? Deine größte Angst ist es, mich zu verlieren. Wohin möchte ich einmal reisen? Nach Alaska. Ach, das ist super. Ich hatte damals eine Reise nach Alaska von meinem Stiefvater geschenkt bekommen, zu meinem Geburtstag. Ich werde diese Reise nie vergessen. Leon, erster Freund, hat mich das erste Mal geküsst. Meine Lieblingsfarbe? Rosa. Mein Lieblingstier? Pinguine. Mein Lieblingseis? Erdbeereis. Mein Lieblingsfilm? Hotel Transsilvanien. Schatz, kannst du mir die Teller geben? Welche? Die Kleinen? Nee, da sind sie drüben auf dem Tisch. Hier, bitteschön. Kannst du mal bitte die Beilage auf die Teller verteilen? Salat habe ich schon in den Kühlschrank gestellt. Ich kümmere mich noch kurz um die Würstchen. Dann muss ich mich schnell umziehen. Okay. Ich hole auch die Kartoffeln aus dem Backofen. Der Name meiner Mutter? Sophie. Mein Geburtsort? Marburg. Meine Lieblingsserie? Die fängt doch gleich an. Stromberg. Was wollte ich als kleiner Junge werden? Koch. Ja, ich wollte Koch werden. Aber ich habe bald eingesehen, dass mein Talent nicht ausreicht. Wie lange waren wir zusammen? Ach du meine Güte. Vielleicht ein Jahr? Spaß. Ich weiß es ganz genau. Zehn Monate und elf Tage. Hast du die Tage gezählt? Du weißt ja, ich bin mit Zahlen schon immer gut. Wann habe ich gemerkt, dass ich in dich verliebt bin? Du hast dich in dem Moment in mich verliebt, in dem ich ins Klavierzimmer gekommen bin. Kannst du mir sagen, was das Passwort für meine E-Mail-Adresse ist? 250482. Nein. Falsch. Jetzt seid ihr aber dran. Roberto und du. Guten Tag. Sagen Sie, wie viel soll denn die schwarze Jacke mit den Sternen da kosten? Die hier? Ja, genau. Die kostet 25 Euro. Oh, das ist mir zu teuer. Kann man an dem Preis noch etwas machen? 22 Euro. Aber das ist der absolute Freundschaftspreis. In Ordnung. Die nehme ich. Darf es sonst noch etwas sein? Schauen Sie mal. Hier habe ich noch Playstation-Spiele. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich schau mal kurz. Und? Haben Sie noch etwas gefunden? Ja, diese beiden Spiele hier interessieren mich noch. Was kosten die zusammen? Jeweils 10 Euro. Okay. Machen Sie mir einen Gesamtpreis für die Jacke und die beiden Spiele? Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich biete Ihnen das alles zusammen für 40 Euro an. In Ordnung. Dann nehme ich die drei Sachen. Sehr gerne. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Das wünsche ich Ihnen auch. Das wünsche ich Ihnen auch. Untertitelung des ZDF, 2020